Meine Damen und Herren, wieder willkommen zurück zum nächsten Podiumsgespräch. Und zwar geht es um Steuern, Tarife und Handelsvereinbarung. Und zwar möchte ich Herrn Juncker noch mal zitieren. Er hat in 2018 gesagt, Europa sollte Weltpolitikfähigkeit entwickeln. Das ist ein Wort im Deutschen und es gibt zehn Worte in Englisch. Und Weltpolitikfähigkeit wird jetzt übersetzt. Also, die Debatte über die notwendigen Reformen, um Europa in eine Macht in der Welt zu formen, ist seit der Sorbonne-Rede von Macron unterwegs. Und in dem Berlin-Puls unserer Publikation wurde gesagt, dass die deutsche Reaktion auf die Vorschläge nicht unbedingt enthusiastisch war. Das hat die französische Seite gesagt. Also, ist Deutschland dabei, den Prozess zu verlangsamen? Jetzt haben Sie die Möglichkeit, noch mal eine Live-Stimmenabgabe zu machen. Und nehmen Sie bitte die Geräte zur Hand. Auch die Podiumsteilnehmer können da teilnehmen. Herr Minister Scholz, Sie können auch mit teilnehmen. Also, wir werden jetzt nicht herausfinden, wer welche Stimme abgibt. Und die Frage, die wir Ihnen stellen wollen, ist, wer hat mehr für die Zukunft der EU getan? Einfache Frage. Und zwar erstmal Emmanuel Macron, zweitens Angela Merkel. Bitte drücken Sie jetzt Ihren Knopf. Sie müssen nicht Enter, sondern nur eins oder zwei drücken. Und es fängt jetzt an und wir haben zehn Sekunden Zeit. Donald Trump wird auch noch mal vorgeschlagen aus dem Publikum. Gut. Also. Jetzt haben wir das Ergebnis. 73% sagen Angela Merkel. Die französischen Freunde und manche sitzen im Publikum. Es tut mir leid, das ist, was das Publikum hier denkt. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass das im Prinzip nicht anders ist, als was die deutsche Bevölkerung denkt. Das haben wir genau so gefragt in dem Berliner Puls. Und das Ergebnis war nicht ganz so stark. Aber immer noch 56% für Angela Merkel und 17% für Emmanuel Macron. Also wollen wir noch mal hören, was die Podiumsteilnehmer denken, ob sie damit übereinstimmen und auch mit der deutschen Öffentlichkeit. Es ist eine Ehre für mich, so ein hochrangiges Podium zu willkommen zu haben. Olaf Scholz ist der Bundesminister für Finanzen und Vize-Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und Nadia Maria Calvino-Santa Maria, die Wirtschaftsministerin aus Spanien. Und dann haben wir Pascal Donohin, den Finanzminister aus Irland. Und Sabine Weyandt, Generaldirektorin der Europäischen Kommission für Handel. Und Nora Müller wird diese Diskussion hier entsprechend moderieren. Und Sie können mit Hashtag BerlinForum eine Frage stellen. Also ich eröffne die Diskussion. Also jeder hat seinen Platz gefunden. Also liebe Gäste, willkommen und guten Nachmittag in einer Podiumsdiskussion, die wir die Scholz-und-Freunde-Sitzung nennen. So, es geht um die Wirtschaft und zwar, wie man das aus Berlin aussieht, aber auch von Brüssel, Dublin und Madrid. Also um uns in die Stimmung zu bringen, möchte ich Ihnen nochmal Benjamin Franklin zitieren. Und er hat gesagt, in dieser Welt gibt es nichts, was sicher gilt, außer der Tod und Steuern. Und für die Eurozone heißt das, Steuern und spezifisch ein einheitliches Steuersystem ist immer noch ein Thema. Und wie Liane schon gesagt hat, ist die größere Frage hier lautet, was ist die europäische Souveränität hier in der Fiskalpolitik als auch in der Finanzdomäne. Also vielleicht hören wir das von den Podiumsteilnehmern. Und ich möchte mit Ministerin Calvino anfangen. Und sie wird höchstwahrscheinlich Teil der neuen Koalition in Spanien, seine Koalition zwischen den Sozialisten und der linken Partei. Und die Forbes-Magazin hat gelesen, wer hat Angst vor der spanischen ersten Links-Koalition in Spanien. Und müssen wir Angst haben und müssen wir vor exzessiven Ausgaben Angst haben. Also natürlich nicht, weil in den letzten 17 Monaten hatten wir eine Regierung, die eine sozialistische Partei war und von Podemos unterstützt. Und da gab es drei Angriffspunkte in der Wirtschaftspolitik. Also die fiskale Verantwortung, das Defizit zu reduzieren und die Schulden so schnell wie möglich abzuarbeiten und die soziale Sensibilität. Wir müssen die Ungleichheit reduzieren, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben in Spanien und die strukturellen Reformen durchzuführen, dass Wachstum weiter nachhaltig ist, auch in der Zukunft, auch von der Umwelt her. Und das ist die dreifache Herangehensweise. Das sind auch weiter in der Zukunft die Wirtschaftspolitik sein. Und das war mit einer Regierung durchgeführt, die im Prinzip geführt wird von denselben Parteien, die im Prinzip am Kern der nächsten Koalition sein werden. Also das zeigt, dass dies Ziele sind, die wir weiter verfolgen sollen. Und natürlich, die Kollegen werden vielleicht dazu noch die eigene Meinung haben, aber das ist, was wir vorhaben. Und das ist nicht anders als die Empfehlungen der internationalen Institutionen. Und die internationalen Märkte haben da auch Vertrauen ausgesprochen in das System und die Schuldenmärkte benehmen sich da ganz gut. Und das ist eine Agenda, die positiv ist und die wir in der Zukunft weiter verfolgen sollen. Positiv und machbar, aber ich denke, vielleicht ist es auch so, wenn Sie diese Ziele, die Sie angesprochen haben, dass Sie im Prinzip, also wir haben da keine Alternative. Also wir müssen da nicht unbedingt, also wir müssen natürlich fiskale Verantwortung entsprechend nachführen. Pascal und ich kommen aus Ländern, die also diese Krise an erster Hand erfahren haben. Wir müssen eine verantwortliche Fiskalpolitik haben, aber trotzdem müssen wir gleichzeitig unsere Regierungen auch so führen, dass wir die Bürger im Prinzip als erstes betrachten. Wenn wir die Ungleichheit nicht angehen, dann werden wir vielleicht auffangen und dann haben wir Extremismus und Nationalismus, die unser politisches System übernehmen. Und das sehen wir sogar in Spanien schon. Das ist eine Herausforderung, die wir alle haben und wir müssen da natürlich entsprechend alles zusammenbringen. Also die Nachhaltigkeit muss kompatibel werden. Das ist eine Herausforderung für alle. Herr Minister Scholz, Sie haben gerade einen Entwurf für das Budget, für 360 Milliarden Euro und etwa 40 Milliarden sind da für Investitionen bereitgestellt. Und Sie haben gesagt, deutsche Fiskalpolitik wird teuer. Und also, dass man es ausweitet und die Opposition sagt, es ist zu wenig zu spät. Und ich möchte Sie fragen, und zwar die unausweichliche Frage möchte ich stellen, wie lange können Sie diese schwarze Null weiter durchhalten? Also wenn Sie eine Oppositionspartei führen oder für Sie sprechen, muss man natürlich immer den Satz lernen, zu wenig zu spät. Das ist natürlich immer, was ein Lob ist von der Opposition. Also gut, die Realität ist, dass wir eine sehr expansionsgetriebene Fiskalpolitik haben und das sehen Sie auch, wenn Sie das Budget anschauen und das Gleiche in den letzten zwei Jahren, aber besonders, wenn Sie sich dieses Jahr anschauen, dieses Budget, was wir im Parlament dann am Ende der Woche durchbringen. Im Parlament ist ein Teil der Strategie, die wir für die nächsten zehn Jahre fahren. Und zwar, wenn Sie das mal anschauen, wenn wir nur an der normalen Planung der Investitionen haben, das sind mehr als 400 Milliarden Euro innerhalb der zehn Jahre. Und wenn wir diese ganzen Pläne zusammenrechnen, um Klimawandel und so weiter anzugehen, das sind ein zusätzlich 150 Milliarden Paket. Das ist fast zwischen 550 bis 600 Milliarden Euro, die man da im Prinzip als öffentliche Investition aus dem Budget. Und das ist ausbalanciert, das Budget? Ja, soweit ich das verstehe, schon. Und es ist da absolut notwendig, dass wir Deutschland nicht nur von der Bundesebene anschauen. Natürlich sind wir anders reagiert als im Vergleich zu anderen Ländern. Es gibt also die 16 Bundesländer, die haben alle ihre eigenen Steuern, ihre eigenen Einkommen und auch Ausgaben. Und da gibt es die ganzen 11.000 Gemeinden dann, die haben auch nochmal ihre Einkommen und Ausgaben. Und das ist Deutschland insgesamt, die Investition in Deutschland. Und es ist nicht wirklich so, im Prinzip, wenn ich Ihnen sage, dass wir die Verfassung verändert haben, um uns die Möglichkeit zu geben, also die Gemeinden zu unterstützen, also Schulen zu bauen. Da mussten wir die Verfassung ändern. Das sind 3,5 Milliarden, die wir da investieren. Aber normalerweise haben wir überhaupt gar keinen Euro bezahlt, weil das im Prinzip die Gemeinden übernommen haben, unterstützt durch die 16 Bundesländer. Also mit anderen Worten, wenn wir uns das anschauen, das ist eine großartige Botschaft. Das ist etwas, was sehr wichtig für uns war. Und das ist das Gleiche, wenn wir zum Beispiel uns an das Wohnen angehen. Und die Verfassung haben wir wieder geändert, dass wir also den Wohnungsbau unterstützen können, dass es einfacher ist für die Gemeinde und Bundesländer, in wirklich Wohnungsbau zu investieren, die sich die Bürger auch leisten können. Die größte Aufgabe wird darin bestehen, dass wir die Frage des sozialen Zusammenhalts lösen. Und das ist eine wichtige Frage auch bei uns im Land. Wir müssen vermeiden, dass die Leute sich ausgeschlossen fühlen. Wir müssen die Rentensysteme finanzieren. Wir müssen die Renten erhöhen für die Rentner mit geringen Renten. Wir haben die Unterstützung für Kinder und Familien gestärkt, arbeitende Familien mit Kindern. Und wir haben die Unterstützung für Studenten erhöht. Und wir haben auch die Unterstützung erhöht für diejenigen, die Wohngeld brauchen. Wir haben es also damit auch möglich gemacht, Steuererleichterungen zu schaffen. Im nächsten Jahr, wenn wir das betrachten, vom Anfang dieser Regierungsperiode, wird es 25 Milliarden mehr Aufwendung geben für diejenigen, die im unteren und mittleren Einkommenssektor liegen. Dann ist die Aufgabe des Klimawandels da. Dazu bedarf es vieler Investitionen. Und die ganz große Veränderung in unserem Steuerrahmen muss stattfinden. Wir werden die Steuern erhöhen für fossile Energieträger und deren Nutzung. Wir werden diejenigen Steuern senken, die mit umweltfreundlichen Energienutzungen verbinden sind. Deutschland investiert mehr in alle möglichen Dinge. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, das reicht nicht. Es reicht auch nicht, um eine Wirtschaftskrise zu vermeiden, die irgendwo vorausgesehen wird. Wolfgang Schäuble war ja der Architekt der schwarzen Null. Aber er scheint jetzt auch der Meinung zu sein, es ist Zeit, einen Paradigmenwechsel zu haben. Wie sehen Sie das? Wir haben die Ausgaben erhöht. Und wir sind nicht ganz sicher, dass wir in der Lage sein werden, auch das Geld tatsächlich alles dorthin zu bekommen, wo es hin muss, in die Straßeninfrastruktur, in die Eisenbahninfrastruktur. Wir müssen dazu auch unsere Planungs- und Entscheidungsverfahren neu aufstellen. Und wir müssen auch die Bauindustrie da mitnehmen. Wir müssen sie überzeugen, dass sie ihre Kapazitäten ausbauen sollen. Denn wir haben eine Nachfrage nach Bauleistungen, die gar nicht zu decken ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich bin wirklich wütend, da wir ja sehr viele tätigen in Infrastrukturmaßnahmen und Wohnungsbau. Und trotzdem gibt es hier keinen Ausbau der Kapazitäten in der deutschen Bauindustrie. Der europäische Markt kann hier in Deutschland tätig sein, ist es auch. Und trotzdem reicht es nicht. Es ist immer noch so, dass wir sagen, wir brauchen neue Leute. Wir brauchen Leute, die die Arbeit machen, die jetzt ansteht. Das ist einerseits keine Krise. Und andererseits ist das aber auch ein Versagen der Marktstrukturen. Und dass es keine Investition in größere Kapazitäten in der Bauindustrie gibt. Ihr Applaus, Herr Minister. Und den Applaus wollte ich gar nicht abwürgen. Minister Donnerhoff, wenn wir uns mal ein bisschen abwenden von der deutschen Innenpolitik und der schwarzen Null. Gehen wir mal zu Ihrem Land, zu Irland. Das ist ja sehr gut aufgestellt. Sie haben ein gutes Wachstum. Sie haben eine Beschäftigungssituation. Die sie gut im Griff haben. Auch ihre Verschuldung ist unter Kontrolle. Etwas, was sie ebenfalls machen, ist ein neuer Club. Die neue Hanse. Manche Leute sagen, dass ein Hauptziel dieses Clubs darin besteht, auf die Bremse zu treten, wenn es um die französisch-deutschen Ideen für eine Eurozone-Integration geht. Sind Sie deshalb in diesen Club gegangen? Geht es bei Ihnen in diesem Club darum? Ich denke, das ist sehr wichtig. Wenn wir auf eine Gruppe von Länder blicken, die gemeinsame Ideen haben. Es ist sehr wichtig, dass wir da nicht die Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten zu stark unterstreichen. Ich habe mit Nandja und Olaf mehr gemeinsam, als ich unterschiedliche Meinungen mit Ihnen habe. Und deswegen kommt diese Gruppe von Leuten zusammen, weil es das um zwei Dinge gibt in der EU. Wir müssen reagieren nämlich auf den Brexit und die Ideen, die da geäußert wurden, sehr lautstark teilweise, sind ja auch wichtig. Und da gibt es einige Länder, die zustimmen. Dann geht es auch in diesen Unternehmen darum, dass wir viele Allianzen haben, die geografisch und historisch geprägt sind. In Irland zum Beispiel lag in der Nähe der Alten Hansa, aber war nicht Teil derselben. Und ich denke, es ist einfach mal eine Möglichkeit, dass wir uns gegenseitig zuhören. Es gibt ein paar Themen, die wir gemeinsam haben. Erstmal der Wert des Dialoges und des Engagements. Und einfach mal zuhören, was andere Länder zu sagen haben. Das steht auch bei uns auf der Tagesordnung. Und dann sind wir auch alles kleinere Länder mit kleineren oder mittleren Wirtschaftskräften. Und auch das ist wichtig, weil wir uns zuhören können, zu gucken, was machen wir bei uns. Und dann sind wir auch alles Länder, die sehr offen sind, die allerdings aber auch sehr stark orientiert sind auf Exportleistungen, im Bereich Dienstleistungen. Und das sind Dinge, die innerhalb der EU insgesamt sehr wichtig sind. Und deswegen ist es so gut, einander zuzuhören, mal Ideen auszutauschen. Und ich möchte noch mal unterstreichen, wir haben so viel mehr gemeinsam in dieser Gruppe und in der gesamten EU, als wir den Differenzen, Meinungsunterschiede haben. Sie haben vergessen, hier eines dem Publikum zu erklären. Die schwarze Null ist kein Hanse-Schiff, das von der Hanse auf den Weg gebracht wurde. Danke für die Klarstellung. Nadja und Olaf haben ja schon zwei Dinge angesprochen, auf die ich auch reagieren möchte. Das sind wichtige Punkte für die Debatte hinsichtlich der Ausgaben. Nadja hat gesprochen über die sozialen Herausforderungen, die sie in Spanien zu bewältigen haben. Das ist ganz ähnlich wie bei uns in Irland. Und wenn wir ein Land nur an seiner makroökonomischen Leistung messen, ist das zu wenig, obwohl diese makroökonomische Leistung wichtig ist. Unsere Wirtschaftsminister sind ja Teil unserer Demokratie und wir müssen die Zustimmung der Bevölkerung aufrechterhalten. Die Bevölkerung muss zustimmen, wie wir die Wirtschaft verwalten. Und Olaf hat darüber gesprochen, dass es notwendig ist zu investieren. Das ist ein Zeichen unserer gemeinsamen Tagesordnung, die wir alle haben. Wir müssen in der Lage sein, zu zeigen, dass makroökonomischer Erfolg und Stabilität möglich ist und wirklich das Leben aller besser macht. Und das ist eine durchaus willkommen zu heißen der Entwicklung. Und deswegen denken wir viel über die Wirtschaftspolitik nach. Welche konkreten politischen Maßnahmen gibt es? Da gibt es zwei wichtige Bereiche, zum Beispiel die Kapitalausgaben. Und da haben wir, wie Olaf sagte, sehr viel Diskussionen, wenn wir Ausgaben steigern, zu einer Zeit, wo wir hohe Arbeitslosigkeit und niedrige Nachfrage haben. Im Moment reden wir darüber, dass wir in vielen Wirtschaften sehr viele Investitionen tätigen möchten, in einer Zeit, wo es eine geringe Arbeitslosigkeit gibt. Das ist notwendig natürlich zu investieren, auch im Blick auf den Klimawandel. Und dann haben wir das Bewusstsein dafür heute, dass es wichtig ist, dass jeder einen Beitrag leistet zum nationalen Einkommen. Wir hatten einige Diskussionen bei uns hinsichtlich des Status, der Einnahmen, der Verdienste in der Europäischen Union und wie viel das ausmacht am Brutto-Sozialprodukt und was das bedeutet für die Bürger, die wir vertreten. Da gibt es ganz klare Zeichen hinsichtlich der Unterschiede, die es gibt in unseren Debatten bezogen auf die wirtschaftliche Gesamtleistung. Darüber werden wir noch einmal reden, über die wirtschaftliche Lage und das Funktionieren der Demokratie. Sabine, ich möchte noch einmal ein bisschen weiter die Gedanken fassen. Sie haben die Brexit-Verhandlungen mitgeleitet. Sie hatten Hilfe von einem französischen Gentleman. Und der Brexit ist ja ein Prozess, wo die EU einen großen Anteil des Bruttoinlandsproduktes verlieren wird. 15 Prozent oder so geht da verloren. Was macht das aus für die EU-Position als globaler geoökonomischer Akteur? Welche Herausforderungen gibt es denn? Zunächst einmal ist es wahr, dass der Brexit eine negative Erscheinung ist für Großbritannien in erster Linie, aber auch für die EU. Und die Reaktion darauf muss sein, verliert man Gewicht, muss man Muskelmasse aufbauen. Das heißt, die EU muss die verschiedenen Instrumente stärker bündeln und gemeinsamer handeln, um die Industriepolitik stärker zu bündeln. Die Finanzpolitik muss stärker abgestimmt werden. Die Handels- und Forschungspolitik, das müssen wir tun, um unser eigenes Wirtschaftsmodell zu stärken. Unsere eigene Brand, unsere eigene Marke für unsere Entwicklung stärken in einem globalen Kontext, wo es immer mehr Herausforderungen gibt. Das heißt, Brexit zwingt uns, uns selbst zu stärken. Und ich bin hier voller Hoffnung, denn wir haben im Brexit-Kontext als EU27 gut zusammen agiert. Diese Einheit lässt sich auch übertragen auf andere Bereiche, wo wir Herausforderungen haben als Gesamt-EU. Und hier rede ich über das Handelsumfeld, in dem wir im Moment verfasst sind. Wir haben es mit einer Situation zu tun, wo die internationale Ordnung, wie wir sie kennen, unter Bedrohung steht. Da gibt es tatsächlich eine Bedrohung. Und hier müssen wir sehen, was können wir tun, wie können wir unser Gewicht einsetzen, um unseren internationalen, globalen Handelsspielraum auszubauen, auch im Lichte der Situation in den USA und China. Das sind unterschiedliche Herausforderungen, aber sie betreffen uns alle. Und es wird nicht leicht sein, da gemeinsam vorzugehen. Aber ich denke, wir haben die Elemente, um uns stärker ins Licht zu setzen in einer Welt, die immer stärker von einem Machtspiel dominiert wird. Muskelmasse aufbauen. Da würde ich gerne fragen wollen, wie sieht es aus mit einem EU-US-Handelsabkommen? Offensichtlich will hier Trump seine Entscheidungen bis Mitte nächsten Jahres verschieben. Das wird dann schon die Mitte des Wahlkampfes sein. Es ist ominös, wie er da solche Entscheidungen treffen will. Aber denken Sie, dass ein Deal mit Nullzöllen, wie man ihn mal diskutiert hat, überhaupt noch möglich ist? Oder ist das eine verlorene Sache? Ich denke, im Moment sind unsere Prioritäten zunächst einmal darin zu sehen, dass wir das multilaterale Handelssystem retten wollen. Wir wollen mit den USA zusammenarbeiten. Wir können die WTO nicht gegen die USA retten, sondern müssen das mit den USA tun. Also wir haben es mit einem Dreieck zu tun. Wir wollen handeln auf der Grundlage der Gesetzlichkeit und nicht nach dem Gesetz des Dschungels, so wie es jetzt häufig der Fall ist. Deswegen müssen wir die WTO gemeinsam mit den USA reformieren, damit stärkere Disziplin hinsichtlich Chinas passiert, auch hinsichtlich der Subventionen, die die staatlich gelenkte chinesische Wirtschaft erhält. Und das ist die einzige Möglichkeit, damit wir China in die Weltwirtschaft einbilden. Das geht nicht mit Unilateralismus. Dazu brauchen wir stärkere multilateral gestützte Regeln. Dieses Dreieck müssen wir bewältigen. WTO, USA, China. Um das zu tun, müssen wir auch positive bilaterale Beziehungen mit den USA aufrechterhalten. Aber wir sind nicht in der Situation, wo wir die TTIP-Verhandlungen sofort wieder aufnehmen würden. Die sind schon vor Präsident Trump durchgefallen. Wir haben nicht genug Einigung darüber, wie das globale Paket für ein Handelsabkommen aussehen kann. Wir haben das Mandat erhalten, nach dem Juncker-Trump-Treffen zu verhandeln hinsichtlich Nullzöllen für die Industrie. Aber offensichtlich hat Trump eigentlich keine Lust, die Zölle zu senken, sondern eher zu steigern. Unser Angebot steht. Es nimmt nur keiner im Moment auf. Es gibt auch andere Themen, die wir mit den USA trotzdem jetzt behandeln können. Da geht es um Standards, um die Regelung. Standards insbesondere für die neuen Industriesektoren. Das heißt, es gibt genügend Material für eine positive Tagesordnung. Genau das versuchen wir voranzutreiben. Es ist nicht einfach. Wir müssen allerdings auch darin denken, welche Handelsdispute es gibt. Zum Beispiel Boeing, Stahl, Aluminium. Da haben wir bereits Vorschläge unterbreitet, wie die zu lösen wären. Und wir hoffen, dass wir auch die US-Regierung dort mit ins Boot bekommen. Das sieht so aus, als ob das Jahr 2020 an dieser Front schwierig wird. China wurde ein paar Mal erwähnt, Herr Minister Scholz. Und wir erinnern uns noch an einen deutschen Kanzler, der mal im Bundestag auf den Tisch geklopft hat und gesagt hat, China, China, China. Und wahrscheinlich hat er recht gehabt. China ist der wichtigste Handelspartner für Deutschland geworden. Das birgt viele Möglichkeiten, aber auch einige Risiken und Sonderaufgaben, wie wir heutzutage sehen. Wo sehen Sie Europa, Herr Minister, in dieser Rivalität zwischen China und den USA auf wirtschaftlichem Feld? Wird das Gras zertrampelt von den beiden Elefanten? Oder gibt es da irgendwo den dritten Hund, der mit dem Knochen davon rennt? Und es ist manchmal schwierig, im Bild zu bleiben. Also fange ich mal mit einer anderen Sichtweise an. Wir sollten mal zurückdenken. 250 Jahre zurück. Denken wir daran, dass damals die Welt völlig anders war. 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der Welt kamen aus China oder Indien. Das gibt uns einen Ratschlag an die Hand für die Zukunft. Ich denke, in einigen Jahren in der Zukunft werden wir eine ganz ähnliche Situation haben. Eine Situation, wie wir sie vor 250 Jahren schon mal hatten. China, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Südafrika, Brasilien werden Länder dieser Welt sein. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass Nigeria etwa die gleiche Einwohnerzahl haben wird 2050, wie wir das haben in Europa. Die Frage, die sich uns heute stellt, ist, wie passen wir uns an an diese Situation? Und die Antwort heißt zum einen, wir müssen unsere große transatlantische Partnerschaft mit den USA aufrechterhalten. Wir sollten Teil des Westens bleiben. Da geht es nicht nur um Europa und den USA, aber auch Japan, Neuseeland etc. gehören dazu. Es ist eine besondere Situation. Und wir müssen verstehen, dass in dieser Welt eine gemeinsame Zukunft, eine gemeinsame Sicherheit nur möglich ist, wenn wir multilateral sind. Ich bin nicht besorgt. Ich habe keine Angst vor dieser neuen Welt, die entsteht. Nur wir müssen ganz klar unsere Politik heute so betreiben, dass wir die Situation begreifen. Und damit will ich sagen, wir brauchen eine stärkere Europäische Union. Und da hat Herr Macron durchaus recht, wenn er sagt, das ist Teil unserer Souveränität. Und hier müssen wir die Möglichkeit haben, in Fragen zusammenzugehen, die unbedingt wichtig sind. Zum Beispiel das öffentliche Wohl in ganz Europa. Um das zu sichern, brauchen wir eine stärker miteinander vernetzte gemeinsame Politik. Wir brauchen eine stärkere Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wir brauchen ganz besonders auch Positionen im Finanzrat. Es ist nicht immer die deutsche Position da drin gewesen. Wir müssen hier stärker werden. Wir müssen unsere Grenzen besser sichern und die Migrationsfrage lösen. Wir müssen die Dinge tun, die notwendig sind, um unsere Position in verschiedenen Branchen zu stärken. In der Finanzbranche, in der Luft- und Raumfahrtbranche, in der Branche, wo künstliche Intelligenz entwickelt wird. Und da ist der Staat wichtig. Macron hatte ebenfalls Rechte. Als er eine Frage ansprach, die ich mir schon seit langer Zeit stelle, wir Europäer müssen einen gemeinsamen Markt haben. Nicht nur einen europäischen, die Welt braucht einen gemeinsamen Markt. Das ist manchmal, wenn wir uns nur auf uns konzentrieren, finden wir nicht die richtigen Antworten. Und das heißt, wenn wir stark genug sind, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass wir hier im Westen eine gemeinsame Vision haben, gemeinsam Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und individuelle Freiheiten stärken, unsere Marktwirtschaft, unsere Sozialstaaten stärken. Das sind unsere Errungenschaften. Und viele Leute in der Welt hätten das gerne genauso. Und wir müssen jetzt stark genug sein, dass wir nicht in eine Situation geraten, wo wir in der Welt des Morgen das nicht mehr sichern können. Also der vereinte Westen. Also was in der Zukunft passiert, Herr Minister, das ist natürlich über die deutsche Politik, muss ich noch fragen. Franz Müntefering hat berühmterweise gesagt, wenn man SPD-Vorsitzender ist, ist der beste Job in der Welt. Und der Papst ist natürlich die beste Position. Also haben Sie auch sowas für sich selber? Ich komme aus dem Lutheraner Norden. Und ich glaube, es ist eine sehr wichtige Aufgabe, verantwortlich zu sein für die demokratische Partei mit der längsten Tradition in Deutschland, die gegen den deutschen Kaiser kämpft hat und Demokratie gebaut hat, als es nicht unterstützt wurde durch viele andere Menschen und die für soziale Demokratie gearbeitet haben. Und es gibt Respekt für die Arbeiter und die Rechte und deren Bedürfnisse. Und das war immer pro-europäisch, um das nochmal zu sagen in dieser Debatte. Und ich glaube, dass wir alle zusammen in einer ähnlichen Situation als progressive Kräfte in der Welt leben wir in den 21. Jahrhundert. Und da ist es wichtig, darüber nachzudenken, was das Ergebnis der zweiten Maschinen-Ära, also die Dekalitisierung, die Globalisierung, das sind die Wörter, die alle im Munde haben. Aber das hat natürlich Einfluss auf unsere Gesellschaften. Und das ist nicht absolut klar, wo die Reise hingeht. Es gibt die Möglichkeit, die Gesellschaft auseinanderzusetzen, also die sehr gut Ausgebildeten und Mittelklasse und Reichen auf der einen Seite und dann den größeren Teil der Bevölkerung, die für sehr, sehr wenig Geld arbeiten und in nicht sehr qualifizierten Arbeitsplätzen arbeiten. Und wie steht es also mit der Zukunft derer, die sich als Mittelklasse sehen heutzutage? Also wenn wir einen sozialen Zusammenhang haben wollen, dann müssen wir diese Situation vermeiden. Aber da die Leute, die Menschen verlieren ihr Vertrauen in die Zukunft und deshalb müssen wir die rechtspopulistischen Bewegungen auch beachten. Sie haben das, sie haben das, selbst die Skandinavier haben die. Und was für Probleme haben die, wenn man sich aus der Perspektive der anderen Welt sozusagen das mal anschaut und die haben aber eben das Vertrauen nicht. Sie sehen Brexit, dann sehen Sie die Wahl von Trump. Das beschäftigt sich immer mit derselben Frage und ein größerer Teil der Bevölkerung ist nicht sicher, ob die Zukunft was Gutes für sie hält oder nicht. Und das hat etwas mit wahren Fragen zu tun. Globalisierung bedeutet, eine Milliarde Leute können das Gleiche machen, wie wir machen. Das ist doch nicht schlecht. Aber das bedeutet, dass wir völlig anders erfolgreich sind, wirtschaftlich gesehen, um auf demselben Level zu bleiben, wo wir in der Vergangenheit waren. Wenn man sich den Wohlstand und den sozialen Zusammenhalt anschaut. Und dasselbe ist, wenn man sich die technische Entwicklung und Digitalisierung anschaut. Also meine Auffassung ist, die große neue Frage der Sozialdemokratie und der Führung ist, ob wir in der Lage sein werden, den richtigen Pfad zu wählen für die Zukunft. Und das ist also, wo sie mehr Vertrauen haben und dass sie sicher sein können, dass sie ein Teil der Entwicklung sind und es keinen Raum für populistische Bewegungen gibt, die einfach nur Leute gegeneinander ausspielen und mit Ressentiments arbeiten. Und weil sie keine Antworten auf die Frage der Zukunft haben. Aber wir, die das Richtige tun müssen, und das ist die große Aufgabe, und das ist nicht wirklich die Aufgabe des Papstes. Also für ein Nordländer ist das eine ziemlich lange Antwort gewesen. Es ist aber ziemlich, ja, ich werde auch den Job noch ein bisschen länger machen. Aber für Sie, meine Damen und Herren, Berlin Forum Policy Forum ist im Prinzip auf Interaktionen ausgerichtet, was Sie sagen im Berliner Forum Außenpolitik. Und Sie können die Fragen stellen, und zwar Twitter-Hashtag Berlin Forum. Und das sehen Sie dort und Sie wissen, wie Sie sich beteiligen können. Bitte stellen Sie sich vor und seien Sie so kurz und präzise, wie Sie sein können. Und jede Frage sollte auch mit einem Fragezeichen enden. Also Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte. Ich bin Riccardo Leit. Ich bin ein Parlamentsmitglied aus Portugal. Und ich möchte nochmal eine Warnung aussprechen und eine Frage. Also von Spanien. In Portugal sind wir durch einen ähnlichen Prozess durchgegangen, wie Sie das jetzt haben. Und Podemos Schwesterpartei hat die Regierung unterstützt, das war in den letzten vier Jahren. Und das hat dazu geführt, zu einer Strategie der sozialistischen Regierung, dass da also indirekt die Steuer erhöht haben, also zum Beispiel beim Benzin und so weiter. Und da gab es ein falsches Gefühl des Wachstums in Wirtschaft, aber das ist nicht nachhaltig, dieses Wachstum in der Zukunft. Und also seien Sie vorsichtig, was Sie mit Podemos entsprechend verhandeln. Also das ist einfach nur eine Warnung. Und was die Frage anbelangt, also wir haben jetzt eine neue Ära der Digitalisierung. Wir haben Google und Facebook, das ist eine Duopoly. Und manche sagen, dass Irland davon entsprechend Vorteile gezogen hat. Also wir haben verschiedene Antworten gehört von verschiedenen Mitgliedstaaten, wie man darauf antwortet. Also wie sollte man darauf antworten? Sollten wir auf der europäischen Ebene oder auf der Mitgliedslandebene reagieren? Und was ist das mit der Fiskalpolitik, dass wir das bekommen, was den Menschen zusteht? So, Herr Minister Donahue, vielleicht ist das für Sie eine Frage. Nun, ich denke, dass die Antwort, was auf die digitale Wirtschaft anbelangt, ist eine Kombination der sowohl EU-Antwort, aber auch die Mitgliedstaaten sollten da antworten. Es ist nicht mehr der Fall zu sagen, wir haben also eine digitale Wirtschaft. Was wir haben, ist eine ganze Wirtschaft, die digitalisiert wurde. Und die Veränderungen in der Natur der digitalen Technik und wie sich das durchgesetzt hat, in der ganzen Wirtschaft, heißt, dass die Antworten darauf im Prinzip verschiedene Schichten haben sollte. Und zwar in verschiedenen Politikgebieten, denn als vor zehn Jahren im Vergleich. Also was geschehen sollte auf einer nationalen Ebene, ist die Antwort auf nationaler Ebene sollte sein, dass man sich die Bildung anschaut, dass man sicherstellt, dass man die entsprechende Infrastruktur hat. Und wenn sich die Wirtschaft entsprechend verändert, ist die Beschleunigung der Digitalisierung kein Rezept bestimmter Leute auszuschließen. Und wir haben schon genug Herausforderungen in den Wirtschaften und in den Demokratien wegen dem Ausschluss von bestimmten Gruppen. Und wenn wir dann noch eine digitale Dimension dazu bekommen, wird das noch eine größere Herausforderung. Und was ist auf der EU-Ebene, also zum Beispiel das Management von Daten, das ist am besten entsprechend adressiert, indem die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten auf der EU-Ebene. Und da haben wir also die Datenschutzerrichtlinie auf der EU und die EU hat da wirklich in einer Art und Weise gemacht, dass kein individuelles Mitgliedsland gemacht haben oder hätte können. Und wenn Sie sich die Besteuerung anschauen, große digitale Unternehmen sollten mehr Steuern bezahlen, meines Erachtens. Und ich glaube, wie man das machen kann, ist durch die OECD. Und ich glaube, die OECD ist das beste Forum, um das entsprechend zu erreichen. Denn um wirklich hier dahin zu gelangen, brauchen wir oder müssen wir eine globale Allianz sein. Und wir hoffen, dass dann die Steuer in ein Handelsproblem umgewandelt wird. Wir haben schon genügend Probleme in der Handelspolitik und es war eine neue Sache Anfang in der Besteuerung im digitalen Sektor. Also Minister Quilje, wenn Sie dann nochmal die Warnung beantworten wollen, jetzt wäre es an der Zeit. Also Mario Centino könnte hier sein, um das zu erklären, wie erfolgreich die Politik in Portugal war in den letzten zwei Jahren. Und Sie haben vorher gesagt, dass vielleicht Irland das entsprechend am besten gemeistert hat, die Krise. Aber ich höre viel des Gutes über Portugal, dass sie wirklich eine sehr verantwortliche Fiskalpolitik haben, zusammen mit einer Sozialpolitik und gleichzeitig, dass man da also Start-ups hat und eine dynamische digitale Agenda hat in dem Land. Und es tut mir leid. Also meine Bewertung der Situation in Portugal ist nicht genau so, wie Sie das sehen. Aber natürlich kann man entsprechend unterschiedlicher Meinung sein. Also, mehr Fragen und Anmerkungen. Bitteschön, der Herr im Hintergrund. Vielen Dank. Endorfer ist mein Name und ich bin im Automobilsektor in Berlin unterwegs und wir haben viel gesprochen über die gegenwärtigen Probleme, die wir haben. Was also die Außenpolitik und Außenhandel China, Großbritannien und USA anbelagt. Aber wenn wir uns in die Zukunft, wenn fünf bis zehn Jahre in die Zukunft gesehen, sollte man sich da die Schwellenländer anschauen. Afrika zum Beispiel oder die Freihandelszonen mit ASEAN-Ländern, Mercosur und Indien. Und sollten das nicht eher unsere Fokuspunkte sein? Und vielen Dank. Ich sehe, Sabine möchte da etwas sagen. Also vielen Dank. Ich hatte keine Zeit gehabt, darüber noch etwas zu sagen an der Priorität des WTO, unsere Schlüsselbeziehung mit China und USA. Aber natürlich müssen wir da diversifizieren in unserer Beziehung. Und das ist genau, wie das multilaterale Handelssystem unter Bedrohung ist. Und das erlaubt uns hier also bestimmte Bausteine zu haben für ein regelbasiertes System. Wir müssen ein multilaterales Handelssystem haben. Das machen wir mit Mercosur, mit Vietnam haben wir Vereinbarungen. Wir verhandeln mit Australien, mit Neuseeland. Und jetzt sehen wir, dass es einen Appetit gibt, hier solche Vereinbarungen zu haben mit uns und sie abzustellen. Da gibt es neue Bewegungen, ob das nun Vereinbarung mit Mexiko, mit Chile ist, mit Indonesien ist. Und wir haben da eine große bilaterale Agenda. Und das ist nicht nur um die Eröffnung für Handel, sondern um Investitionen. Das sind auch Plattformen für die multilaterale Zusammenarbeit und zwar für den globalen Wohlstand. Und das ist eine Plattform für die Kooperation, was auch die Herausforderungen wie Klimawandel und Menschenrechte anbelangt. Das ist sehr, sehr wichtig, um da tatsächlich eine Welt auf einem regelbasierten System und nicht den Regeln des Dschungels. Ich wollte eine Sache sagen und zwar einen Wunsch an die Europäische Kommission. Es geht wirklich, es gibt einen großen Fortschritt, dass wir die Verantwortung haben der EU für Handel. Und das hilft uns allen in der Welt. Und wie ich das schon vorher beschrieben habe, dass wir nicht nur einzelne Nationen sind, aber wir zusammenarbeiten und agieren. Und wenn man eine europäische politische Strategie hat oder eine Agenda hat zum Handel, in einem demokratischen Umfeld, heißt das, da muss es am Anfang der Verhandlung Gespräche geben müssen und Debatte geben müssen. Und das geschieht immer wieder, dass die nationalen Debatten über Außenhandel, die Strategie der Europäischen Union, anfängt, wenn die Vereinbarungen im Prinzip fertig sind. Also wir müssen da und die Öffentlichkeit ist da wichtig für die Akzeptanz der politischen Strategie. Und in den letzten Momenten, wo wir also nochmal über das Handelsabkommen gesprochen haben, müssen wir viel tun, um die Unterstützung für diese Handelsvereinbarungen in Deutschland zu holen. Ich war nicht der Einzelne, ich spreche nur über mich selber, aber viele der politischen Führer haben das gemacht und auch in den anderen Ländern. Und was nicht geschehen ist, es gab keine öffentliche Debatte zwei, drei Jahre vor dem Abschluss der Vereinbarung, als die Verhandlungen angefangen haben. Und das Ergebnis besteht dann daran, dass wir die Leute immer ein bisschen frustriert hinterlassen, weil sie uns fragen, sie bitten, etwas zu tun, was wir nicht mehr machen können. Wir können keinen Prozess anhalten, der schon abgeschlossen ist. Wir müssen da etwas anders machen und wir müssen, sie bitten, uns zu helfen, dass in der europäischen Öffentlichkeit die Debatte anfängt, bevor alles schon abgeschlossen ist. Also hier haben wir wirklich die Politik in den letzten Jahren verändert. Und da haben wir viele Schlussfolgerungen gezogen aus den TTIP-Verhandlungen. Und das stimmt, da gab es einen Bruch. Aber seitdem haben wir unsere Entwurfsmandate entsprechend publiziert, bevor wir sie vereinbaren. Und die sind öffentlich. Und das Europäische Parlament sollte auch diese öffentliche Debatte haben. Also alle Entwürfe, die wir haben, also in den ganzen Verhandlungen, die veröffentlichen wir. Und wir haben also einen Dialog im zivilgesellschaftlichen Rahmen und wir bieten das an, dass wir auch die nationalen Parlamente besuchen. Das wird nicht immer willkommen geheißen. Und das Problem ist, dass das eine Debatte ist, die wir nicht von Brüssel aus gewinnen können. Das ist eine Debatte, die entsprechend im Mitgliedstaat geführt werden muss. Und wenn wir als Verhandler die einzigen sind, die darüber sprechen, was wir erreichen wollen, die Vorteile, aber auch die Kompromisse, dann werden wir diese Debatte nicht gewinnen können. Als sind die Leute vor Ort, die nationalen Politiker, die da mehr Glaubwürdigkeit haben, da bin ich nicht Ihrer Meinung. Gut. Und das andere, was Sie sagen, vielleicht können Sie, ich versuche nochmal. Und wir haben gerade ein Eurobarometer entsprechend veröffentlicht, was also die Haltung, die öffentliche Haltung zum Handel ist. 60 Prozent sehen Vorteile aus den Handelsvereinbarungen und 71 Prozent der Bevölkerung in Europa sagt, die EU ist die richtige Ebene, um Handelsvereinbarungen abzuschließen als die nationale. In Deutschland ist es sogar noch positiver, diese Meinung. Aber wir haben da einen Bruch zwischen der öffentlichen Meinung und der Debatte, die wir öffentlich austragen. Und das ist ein Problem. Weil Sie würden nicht annehmen, dass Sie diese Art öffentliche Unterstützung haben, wenn Sie sich die Debatte in den nationalen Parlamenten anschauen. Also wir haben bis jetzt noch keinen Weg gefunden, um diese Debatte in die Mitgliedstaaten zu tragen, in den Verhandlungen. Und wir versuchen das, von der Transparenz her tun wir viel. Und das wird auch anerkannt durch die allgemeine Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit haben den Eindruck und erkennen, dass wir viel tun, um transparent zu sein. Und auch viel, um soziale und um Umweltsaspekte zu berücksichtigen. Also die öffentliche Wahrnehmung ist im Prinzip positiver als die öffentliche Debatte. Und das ist eine Herausforderung, die wir angehen. Aber das müssen wir zusammentun. Also noch einmal, wenn ich darf, ganz kurz. Also da muss schon, sollte es hier eine Debatte geben. Also ich sage, das ist wirklich, ich verstehe, was Sie sagen. Und ich unterstütze, was Sie sagen. Aber ich habe gesagt, mit der Verantwortung, da bin ich nicht ganz einverstanden mit Ihnen. Also und besonders diejenigen, die Verantwortung sind für Handel in Deutschland, werden hoffentlich mehr tun. Aber ganz ernsthaft gesprochen, wenn ich also Dinge im Europäischen Rat Diskussionen habe mit NECOFIN oder an der Euro-Gruppe, das ist nicht genau das, was der Premierminister von Thüringen oder Niedersachsen mit seinen Leuten bespricht. Nein, er sagt, das ist doch eure Aufgabe, eine deutsche Öffentlichkeit entsprechend zu informieren. Und das versuchen wir schon. Und das ist natürlich auch wegen der Fragen, die auf der nationalen Ebene sich abspielen und sich nicht unbedingt auf der europäischen und internationalen Ebene abspielen. Wir brauchen also ein Bewusstsein und Sie haben viele Aktivitäten erklärt. Und dieses Bewusstsein muss im Prinzip auf einer europäischen Ebene stattfinden. Und wenn es keine europäische Öffentlichkeit gibt, die ganz von Anfang an diskutiert, wie Dinge sich voran bewegen sollten, dann werden wir nie etwas bekommen, was nötig ist, die nötige Legitimität. Legitimität. Das ist, worum ich bitte. Also ich denke, Sie tun da wirklich eine gute Arbeit, aber es ist wichtig, dass wir das von Anfang an publizieren. Also wer ist Verantwortung? Wer hat die Verantwortung, diese potenziellen Handelsvereinbarungen zu erklären? Was sagen Sie, Minister Donohau? Sind es die Mitgliedstaaten, die im Prinzip die Herzen und Hirne gewinnen sollten der Menschen oder sollte es die Kommission sein? Die Mitgliedstaaten müssen an der Vorfront stehen und wir müssen es auch so gestalten, dass wir konsistent arbeiten und immer auf das europäische Projekt blicken. Und alle Kollegen haben in ihren Beiträgen den Horizont der Unsicherheit angesprochen. Dieses Gefühl der Unsicherheit, dass viele Bürger fühlen und wie sich das auswirkt für unsere Politik. Handel und Automatisierung ist genau der Punkt, der sich auswirkt auf das Gefühl von Unsicherheit, dass die Menschen fühlen. Wir müssen deswegen sicherstellen, dass wir gemeinsam diese Herausforderung auch auf der Ebene der Kommission angehen. Das können wir nicht alleine machen. Und das ist auch wirklich ein wichtiges Thema für die EU. Die Kommunikation dazu ist natürlich die Aufgabe der nationalen Regierung jeweils. Denn ich meine, Sabine, Commissioner Hogan und das Team, die können viel leisten, aber man kann nicht verlangen, dass sie die Verhandlungen führen, die auch noch erfolgreich abschließen und anschließend das Ganze kommunizieren. Weil es gibt ja da vieles, was man auf der nationalen Ebene ganz anders auch erklären muss. Ich denke, die Arbeitsteilung zwischen Kommissionen und Mitgliedstaaten ist sehr wichtig hier. Und was nun die Herausforderungen betrifft, die wir gemeinsam hatten, wo es um wirtschaftliche Entscheidungen von europäischer Tragweite ging, da muss man auch darüber reden, auf nationaler Ebene, um den demokratischen Konsens zu wahren. Frau Minister, die EU wird manchmal gesehen als Epitomie der wirtschaftlichen Praxis, die undemokratisch ist. Wie überzeugen Sie die Leute, dass es notwendig ist, Handelsabkommen zu haben? Das ist natürlich ein Stichwort, was direkt von Pascal und Sabine auch zu mir kommt. Ich würde gerne noch etwas sagen wollen zu dem, was meine Kollegen schon gesagt haben. Wir sollten selbstsicherer vorgehen. Die EU ist der größte Handelsblock der Welt. Und wir würden überhaupt nicht überleben können, wenn wir individuell verhandeln müssten. Nicht mal Deutschland könnte es alleine schaffen. Wir müssen zusammenhalten. Und wir haben auch ein Beispiel für Erfolg durch gemeinsames Vorgehen. Michelle Barnier und ihr Team haben ja die Verhandlungen mit Großbritannien geführt. Und diese Verhandlungen sind so geführt worden, dass es sehr inklusiv stattfand, vis-à-vis den 27 Mitgliedstaaten. Es gab kontinuierlichen Informationsfluss und jeder hatte das Gefühl, er ist mit dabei bei den Entscheidungen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir in der Lage gewesen sind, in diesen Verhandlungen erfolgreich zu sein und einen Vertrag vorzulegen, der hoffentlich auch vom britischen Parlament mal bestätigt wird. So sollte es auch weitergehen. Je mehr Transparenz, je mehr gemeinsames Vorgehen zwischen Mitgliedstaaten und Kommissionen, umso stärker gehen wir in der Welt, in den weltweiten Verhandlungen hervor. Die EU ist eine Handelsmacht und gemeinsam sind wir viel, viel stärker. Das wäre meine erste Aussage. Meine zweite Aussage geht zurück auf das, was Olaf gesagt hat. Sie haben gesagt, Darwin hat mal gesagt, jene Wesen, die sich anpassen können, können besser überleben. Also anstatt an die wunderbare Vergangenheit zu denken, sollten wir uns anpassen an die Situation. Und ich meine, bald sind wir nur 27 Mitgliedstaaten und wir haben alle die Frustration, dass man sagt, ja, wir sind jetzt eigentlich durch diesen Abtrennungsprozess gehemmt, wir würden uns schneller anpassen wollen. Unsere Institutionen müssen sich verbessern und wir sollten so einen europäischen Mittelwerkweg wählen. Wir müssen nicht unbedingt nur uns auf eine Seite, auf einen Block stellen, sondern wir müssen unseren eigenen Weg finden. Und noch einmal auf die Überlegungen Pascals zurückgehen. Jeder fragt mich täglich, bist du mit Deutschland, mit Italien, mit Irland, mit Niederlanden? Wissen Sie, jeder will irgendwo die Dinge schwarz-weiß betrachten, als ob wir ständig zerstritten, geteilt werden, als ob es keine fluiden Linien zwischen den Positionen der Länder gäbe. Und die Realität sieht doch so aus, dass wir Einigkeit haben bei einem Thema, Uneinigkeit bei einem anderen Thema. Da setzen wir uns eben hin und handeln es aus. Das dauert wesentlich länger, als wir das wollen, aber es macht uns auch stärker. Und ich denke, die Tatsache, dass hier einige Länder sich zusammentun, weil sie sagen, wir haben gleiche Ansichten, das sollte man nicht sehen, dass wir als Zeichen dafür, dass wir uns bekämpfen, sondern es ist die Vielfalt Europas, die es uns möglich gemacht hat, uns anzupassen. Und das ist für die Zukunft, denke ich, auch ein Erfolgsfaktor. Aber es gibt natürlich unterschiedliche fiskalische Kulturen in Europa. Ich wiederhole es nochmal, unterschiedliche Fiskalkulturen gibt es, obwohl wir vielleicht keine Blöcke sind, aber unterschiedliche Kulturen haben wir. Was wir vermeiden müssen, ist der Gedanke, dass jede dieser Positionen immer abgestimmt ist und immer genau diametral entgegengesetzt ist zu dem, was die anderen denken. Pascal hat es gesagt, wir haben Meinungsverschiedenheiten zu einem Thema, Einigkeit in einem anderen Thema. Das ändert sich ständig und das macht Europa aus, dass wir in der Lage sind, irgendwo einen Kompromiss zu finden, uns in der Mitte zu treffen und weiterzumachen, obwohl wir aus unterschiedlichen fiskalischen Traditionen und Kulturen und Geschichten kommen. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken sollten wir vermeiden. Diesen Ansatz sollten wir nicht wählen. Keine der Herausforderungen, die vor uns stehen, sind einfach alles. Das ist komplex. Und wir haben in unseren Ländern immer gelernt, dass es immer eine einfache Lösung gibt für ein sehr komplexes Problem. Und wenn man das denkt, dann ist das überhaupt falsch. Nichts der Aufgaben ist leicht. Nichts kann einfach mit Ja und Nein beantwortet werden. Wir werden intensiv zusammenarbeiten müssen, Nächte durcharbeiten müssen, um Lösungen zu finden. Aber am Ende des Tages wird es uns stärker machen. Denn das Ganze ist auch durch die Filter der verschiedensten Kulturen in Europa gelaufen. Und das sind unsere Merkmale, die unsere Stärke ausmachen, anstatt immer zu sagen, ja, wir sind schwach, wir können uns nicht anpassen, wir können uns nicht abstimmen. Wir haben es in der Vergangenheit geschafft, wir schaffen es auch in der Zukunft. Das wäre fast ein gutes Abschlussfort, aber wir haben noch Zeit für eine Frage. Und da haben wir auch schon jemanden, der fragen möchte. Jana Polierin, ich arbeite bei der DGAP. Ursula von der Leyen hat gesagt, dass ihre Kommission eine geopolitische Kommission sein wird. Was ist der Unterschied zu der politischen Kommission, die wir hatten? Und wer wird dieses Konzept umsetzen? Und wie wird es aussehen mit der Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Vertretern der Kommission? Und wie kommen die Mitgliedstaaten damit klar? Eine Anfrage ist, Politikfähigkeit ist genau das, was eine geopolitische Kommission ausmacht. Politikfähigkeit in einer Welt, die von geopolitischen Machtspielen geprägt ist. Wir wollen multilateralen Handel, internationale Ordnung aufrechterhalten, auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit. Und hier wollen wir unser Gewicht einbringen. Und für die neue Kommission heißt das, dass wir unsere Innenpolitik stärker abstimmen müssen, sie nach außen hin projizieren müssen. Wir haben natürlich den Vorteil des Binnenmarktes. Das ist ein ganz wichtiger Vorteil auch geopolitisch und dem internationalen Handel gesehen. Geopolitisch heißt auch, dass wir die Handelspolitik nicht länger betrachten können als Sondergebiet, wo wir unserer eigenen Handels- und Wirtschaftslogik verfolgen. Das ist Teil eines ganzen Arsenals von Instrumenten, die wir einsetzen müssen. Denn wir haben es mit Partnern zu tun in den USA und USA, die ihre verschiedenen Instrumente durchaus auch bündeln können. Also wir müssen die Innenpolitik stärker bündeln, sie stärker projizieren nach außen hin auf die externe Bühne. Und wir müssen auch unsere außenpolitischen Instrumente schärfen. Es gibt eine Rolle für jeden in dieser Kommission. Wir müssen dann auch schauen, ganz besonders im Blick auf USA und China, dass Entscheidungen auf der Ebene der Führung getroffen werden. Und Frau von der Leyen als Präsidentin der Kommission wird hier stärker sich sichtbar zeigen müssen. Sie wird natürlich die Unterstützung haben durch die Vizepräsidenten für die verschiedenen Ressorts. Und die Kommission, wenn sie dann steht, sollte unsere unterschiedlichen Politikinstrumente integrieren können. Und das ist die Muskelmasse, die ich meinte, die wir aufbauen müssen nach Gewichtsverlust. Noch eine letzte Aufgabe. Bitte ergänzen Sie einen Satz. Für mich bedeutet europäische Souveränität, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Minister, was sagen Sie? Wie beenden Sie diesen Satz? Dass die Bürger kollektiv mehr erreichen, als sie das individuell schaffen könnten. Bedeutet, dass wir in der Lage sind, unseren eigenen Kurs zu bestimmen und nicht uns entscheiden müssen, ob wir den USA, China oder jemand anderem folgen. Mehr Politik, weniger Märkte. Und Sie haben das letzte Wort, die berühmten letzten Worte, Frau Ministerin. Alle meine Vorredner haben recht, haben schon so viel gesagt. Ich würde sagen, wir müssen in der Lage sein, unsere Werte und unseren europäischen Lebensweg in einem schwierigen Umfeld zu erhalten. Und ich denke, darum geht es, dass wir in der Lage sind, mit einer Stimme zu sprechen, dass wir in der Lage sind, mehr Politik und weniger Märkte zuzulassen, und dass wir in der Lage sind, unseren Lebensstil, unsere Werte zu schützen und einen gemeinsamen Weg der Mitte zu definieren für Europa. Danke für ein tolles Panel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020